Hi Leute, hier ist euer Sven von Stiebig Art Pictures und ich grüße euch heute aus Rauisch-Holzhausen. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Was mache ich hier in Rauisch-Holzhausen? Ja, ich bin hier oben in einem Schloss und dieses Anwesend ist ein großes Anwesend mit einem schönen, begehbaren Park, der öffentlich zugänglich ist für jedermann und es ist einfach klasse, hier mal lang zu laufen oder eben halt auch ein Hochzeitsshooting zu machen, so ich das heute mache. Ja, ich möchte mich auf diesem Weg nochmal bei David bedanken von BubbleZauber.de, der leider krank ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, David. Er hat mir nochmal Seifenblasenkonzentrat mitgegeben für das Shooting heute. Wir haben so ein bisschen was mit Seifenblasenkunst vor, Seifenblasen machen und mal schauen, wie das wird. Also ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, schaut euch die Bilder nach dem Video einfach an, weil ich denke mal, es gibt schon echt Hammerbilder, weil dieses Anwesen hier hat schon echt viele schöne Ecken hier. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, allein wo ich jetzt hier bin, durch diese Baumallee zu laufen, das macht schon Spaß. Ja, ansonsten denke ich, Leute, wir hören uns, sehen uns und ihr schaut euch meine Bilder an und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren und am besten die Glocke auch, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst von mir. Also macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, ich grüße euch. Hier ist euer Sven von Stiebig Art Pictures. Ich grüße euch heute aus Raunischholzhausen. Ja, klingt komisch, ist aber ein richtig geiler Ort. Das ist so ein kleines Schloss. Warum sag ich eigentlich mal ein kleines Schloss? Hi Leute, hier ist euer Sven von Stiebig Art Pictures. Ich grüße euch. Ähm, ich bin heute hier in Rausches... Ja, ich... nehm... Ehm...